Gut, nachdem wir das Rauschen auch entfernen konnten, darf ich die beiden Trainer recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05. Neben unserem Trainer Stefan Leitl auch Bo Svensson herzlich begrüßen und Sie dürfen gerne das erste Statement zum Spiel machen. Danke. Erstmal Glückwunsch an Stefan und Kreuter für zum verdienten Sieg heute. Wir sind sehr, sehr schlecht im Spiel reingekommen. Nicht nur spielerisch, aber auch von der Haltung her habe ich sehr, sehr viel von meinen Mannschaften vermissen und genauso recht im Rückstand. Danach, sage ich mal, der 25. haben wir dann ein bisschen das Spiel übernommen, haben dann auch ein paar große Torchancen gehabt. In unserer besten Phase des Spiels haben wir nicht das Tor gemacht. Zweite Halbzeit, haben wir gut verteidigt und gut umgeschaltet. Dann schießen wir auch so recht das 2-0 und haben wir nicht so auf dem Platz stattgefunden. Und am Ende ein verdienten, wie gesagt, Niederlage für uns heute. Vielen Dank, Stefan. Kommen wir zu dir. Ja, danke Bo erstmal. Ja, ich sehe es genauso wie Bo. Ich finde, wir haben sehr gut begonnen. Wir waren gut im Spiel, gehen dann auch verdient in Führung. Muss man aber auch sagen, dann ab dieser 25. Minute gehen wir natürlich auch relativ glücklich dann mit dieser Führung in die Halbzeitpause. Ja, das sind Situationen, die du dann halt auch überstehen musst, um am Ende erfolgreich zu sein. Und es ist uns gelungen, auch mit nötigem Glück und auch können von Sascha, dass er zweimal sehr gut hält. Insgesamt waren wir da einfach in unserem Spiel gegen den Ball, wir hatten zu große Abstände, sind dann nicht mehr in diese Momente gekommen, die wir den ersten 20 Minuten gehabt haben. Und somit wurde Mainz dann stärker. In der zweiten Hälfte war es so, dass wir sehr kompakt waren und weitestgehend das Spielgeschehen auch kontrolliert haben. Finde ich, wir hatten kaum Chancen von Mainz zugelassen und haben natürlich die eine oder andere Situation, wo wir vielleicht noch höher in Führung gehen können. Aber insgesamt finde ich eine gute Leistung gegen eine gute Mannschaft, ein sehr intensives Spiel. Wir sind, ich habe es im Vorfeld der Partie gesagt, wir müssen Intensität auf den Platz bringen, wir müssen Zweikampfstärke auf den Platz bringen. Das haben wir getan und somit uns auch belohnt und fühlt sich gut an. Ja, weiter geht's die nächsten Wochen dann. Und weiter geht's jetzt mit der Fragerunde, den Auftakt macht Peter Dörr. Ja, hallo, meine Frage geht an Bo Svensson. Bo, wie hast du das da heute oben in der Loge erlebt? Wie war das Gefühl für dich? Hast du schon den Eindruck gehabt, dass du nicht so richtig eingreifen konntest und warst du in der Halbzeit in der Kabine, hast du gesprochen? Ja, ich habe gesprochen in der Halbzeit. Klar, es ist nicht optimal, wenn ich da oben sitze, ist es schwer. Aber es ist keine Ausrede. Ich habe auch meine Mannschaft ein Stück weit in den Stich gelassen mit der Sperre heute und dass ich da nicht mitwirken konnte. Und wie gesagt, es war nicht so angenehm, das Spiel von oben zu schauen. Kommen wir zu Michael Fischer. Guten Tag, Herr Leitl. Sie haben gerade von einem guten Spiel Ihrer Mannschaft gesprochen. Wenn man so das ganze Spiel jetzt betrachtet, offensive, defensive, war das dann vielleicht sogar die beste und kompletteste Saisonleistung Ihrer Mannschaft? Ja, es war gut heute und wir haben es gewonnen, das Spiel. Ich beurteile auch in Niederlagen meiner Mannschaft, was das Leistungsvermögen betrifft und was sie auf den Platz bringen kann und wie wir gewisse Dinge umsetzen, die wir vorgeben. Und so, wie ich es schon gesagt habe, ein guter Start, die Mittelstrecke war nicht ganz optimal und der Schluss war okay. Deswegen bin ich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Peter Eisenhut. Ja, schönen guten Abend. Frage an Großes Wenzel. Oh, du sagst, du hast auch die Halbungen vermisst seiner Mannschaft. Kannst du dir erklären, wo war es so nah? Du hast auch schon mal gesagt, alle Ausbildspiele, die ihr verloren habt, haben andere Gründe, andere Verläufe. Und warum habt ihr es nach der Pause nicht geschafft, da anzuknüpfen, wo ihr aufgehört habt? Also ich habe so ungefähr 60, 70 Prozent verstanden, von was du gesagt hast, Peter. Also wenn ich irgendwas falsch hier beantworte, musst du mir Bescheid sagen. Aber ja, ganz klar Haltung. Ja, es war, wenn du so, du kannst nicht so in einem Bundesligaspiel gehen, wie wir halt gegangen sind heute. Das war weit, weit weg von der richtigen Einstellung und das müssen wir natürlich hinterfragen. Wir müssen auch hinterfragen, dass, ja klar haben wir ein Pokalspiel gehabt, aber das sah nicht gerade frisch aus, was die Spieler da heute gespielt haben. Also unterschiedliche Spiele und unterschiedliche Gründe, ich beurteile jetzt heute das Spiel und in ein paar Tagen sind wir hoffentlich ein bisschen schlauer, was das angeht. Weil es geht auch für uns, da rauszukommen aus dieser Auswärtsserie und auch besser zu werden beim nächsten Spiel. Aber genau jetzt muss ich sagen, dass ich extrem enttäuscht bin. Natürlich über die Niederlage, aber vor allem, wie wir von der Haltung und der Einstellung zu diesem Spiel, wie wir das angegangen sind. Niko Geleff. Hallo Stefan, du hast schon in den letzten Wochen oft davon gesprochen, dass die Mannschaft sich endlich mal belohnen muss. Das ist jetzt heute passiert. Was kann das jetzt für Kräfte freisetzen? Weil die Leistung hat ja schon in den vergangenen Wochen öfter mal gestimmt. Jeremy Dudziak hat auch davon gesprochen, dass die Mannschaft irgendwie befreiter aufspielt. Wie siehst du das Ganze? Ja, Punkte geben Selbstvertrauen. Das ist doch ganz klar. Und dass wir heute jetzt nochmal gewinnen konnten und jetzt fünf Punkte geholt haben aus den letzten oder aus diesen ersten drei Spielen der Rückrunde, fühlt sich natürlich sehr gut an. Und ja, die Jungs haben einen Traum, den dürfen sie gerne leben, aber vor allen Dingen untermauern mit harter und disziplinierter Arbeit. Und ja, da werden wir immer wieder den Hebel dran ansetzen und dann werden wir am Ende des Tages sehen, wo die Reise hingeht. Wir haben es vor dem Stuttgart-Spiel gesagt, wir haben 17 Spiele, in denen wir uns anders präsentieren wollen als in der Hinrunde. Der Anfang ist uns jetzt mal geglückt und so wollen wir natürlich weitermachen. Pascal Affelder. Hallo in die Runde. Meine Frage geht an Bo Svensson. Wie sah denn die Kommunikation mit Babak heute aus und welche Entscheidungen gingen auf wen? Also zum Beispiel Auswechslung. Hast du das dem Babak vorher gesagt oder hat er das als Chef heute entschieden? Nein, das habe ich entschieden. Und sonst Kommunikation über die Möglichkeiten, die wir zur Verfügung hatten. Frank Linkisch. Herr Leitl, hallo. Sie haben jetzt aus den letzten sechs Spielen neun Punkte geholt, nur eins davon verloren. Sie hätten fast zum vierten Mal in Folge daheim zu Null gespielt. Was ist denn anders als in der ersten Saisonphase oder in der fast kompletten Hinrunde und welchen Faktor spielt das Selbstvertrauen dabei? Danke. Also ein Punkt ist unsere physische Verfassung. Wir sind in einer ganz anderen Verfassung als zu Beginn oder im ersten Drittel der Hinrunde. Personal. Es ist aktuell so, dass wir wenig wechseln müssen, weil die Spieler zur Verfügung stehen. Das sind für mich die zwei Hauptgründe, um eine gewisse Stabilität und eine Kontinuität reinzubekommen. Und das Selbstvertrauen erarbeitest du dir klar über Ergebnisse. Und die erzielen wir momentan. Und wie ich schon gesagt habe, es fühlt sich aktuell gut an. Und es ist natürlich Ansporn für uns jetzt genau da weiterzuarbeiten und eben diese Erfolgserlebnisse halt dann auch kontinuierlich immer zu haben. Ja, Bo, was du angesprochen hast in Sachen Einstellung, der Jonny Burkhardt hat eben nach dem Spiel gesagt, wir müssen in den 14 Tagen jetzt sehen, dass wir zur Einstellung zurückfinden. Man hat so ein bisschen den Eindruck, ja, da war der Heimsieg gegen Bochum, aber dass das so mit der Winterpause, mit dieser kurzen verloren gegangen ist. Siehst du das ähnlich? Und wenn ja, woran liegt es denn, dass ihr diese Einstellung aus der Vorrunde nicht mehr auf den Platz bringt? Wir haben vier Spiele gehabt. Erstes Spiel in Leipzig klammere ich ein bisschen aus. Zweites Spiel gegen Bochum war gut. Erst Halbzeit gegen Bochum war okay. Zweite Halbzeit war dann nicht gut. Heute war es nicht gut. So analysiere ich das halt. Ist das plötzlich gekommen mit der Winterpause? Das glaube ich eher nicht. Aber klar, wenn wir die letzten drei Halbzeiten so spielen, müssen wir uns auch ernsthaft hinterfragen, was wir da falsch machen. Und das werden wir auch tun. Michael Fischer. Ja, Herr Leitl, Jeremy Tuziak war heute für mich der Spieler des Spiels. Ein Tor selbst gemacht, eines dann vorbereitet. Auch gegen den Ball war das sehr gut, was er heute abgeliefert hat. Wie sehen Sie denn seine Entwicklung? Er hat sich ja doch sehr schwer getan. Er hat dann die Corona-Infektion noch. Auch danach kam er schwer rein. Aber die letzten Spiele wirkt er schon ein bisschen, in Anführungszeichen, wie verwandelt. Oder wie sehen Sie denn seine Entwicklung insgesamt generell? Ja, ich finde, dass Jerry auf einem guten Weg ist. Wir haben oft über die Situation gesprochen. Ich glaube, er hatte in Hamburg keine einfache Zeit. Das ist auch etwas, so ein kleines Päckchen, das er mit hierher gebracht hat. Dann kamen kleinere Verletzungen, Corona natürlich dazwischen. Das heißt, auch hier, wir mussten immer wieder improvisieren, kompensieren. Keine Regelmäßigkeit im Training, keine Regelmäßigkeit über Spielminuten. Und das hat er sich jetzt in den letzten Wochen erarbeitet. Und dass er, wenn er in einer guten Form ist, dass er uns besser macht, das ist uns ja schon bewusst gewesen. Und deswegen war es für mich schon irgendwo auch zu erwarten, diese Leistung. Also diese Leistung, was die Einstellung auf den Platz betrifft, was das läuferische Vermögen betrifft. Auf der anderen Seite ist das Thema Statistik bei ihm. Und das freut mich besonders, weil das uns in den Gesprächen oder wir ihm schon auch in den Gesprächen immer nahegelegt haben. Offensiver Spieler, Achter, Zehner Position, ist natürlich auch irgendwo verpflichtet, Vorlagen zu geben oder Tore zu erzielen. Und deshalb freut es mich natürlich besonders, dass es ihm heute gleich doppelt gelungen ist. Pascal Affelder? War noch oben, sorry. Dann machen wir gleich weiter mit Martin Morawetz. Herr Leitl, der Herr Jethro Willems hat sich während des Spiels mal den unteren Rückenbereich gehalten. Dann ja auch, glaube ich, Knieprobleme gehabt. Ist bei ihm irgendwas zu befürchten? Ja, ich glaube, der Bereich des unteren Rückens war eher zum Ausruhen gedacht. Aber das Knie ist scheinbar leicht lädiert. Ich tituliere es jetzt mal als leicht. Wir werden einfach Untersuchungen jetzt machen müssen und dann werden wir sehen, ob es eine schwerwiegendere Verletzung ist oder nicht. Michael Fischer hat die Hand gerade runtergenommen. Martin, ist deine noch aktuell? Auch nicht. Dann haben wir scheinbar alle Fragen beantwortet. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainer. Wünsche allen jetzt einen schönen Abend. Unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Bis bald.